Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution hier bei Heisenberg Zockt. Ja, die können auch ab und zu mal friedlich sein, offensichtlich, aber irgendwo wackelt es doch schon wieder. Habe ich dich angestupst? Dann Entschuldigung, aber irgendwas wackelt doch und irgendwie sind sie schon wieder, irgendjemand ist da schon wieder am Randalieren. Na, man kommt sich vor wie so irgendwie, keine Ahnung, ein Lehrer in der Unterstufe, da rennen sie schon wieder. Was natürlich auch sein kann, ist, dass die sich einfach gegenseitig nicht mögen, also sprich die Stigos mögen die Pentaceratops nicht. Das sehe ich hier aber nicht, der ist eigentlich zufrieden, der ist aber vom Bestand her offensichtlich zu viele, kann das sein? Haben wir zu viele von euch? Wir haben, ich weiss gar nicht wie viele, ich gucke mal nochmal schnell. Ich würde mit denen glaube ich tatsächlich dann irgendwann mal umziehen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Vier Stück haben wir von denen. Da liegt noch einer, der schläft glaube ich, ich hoffe es zumindest. Ne, der schläft nicht, der ist aber auch im Gehege drin, ich dachte, der sei ausserhalb. So, wenn wir nochmal gucken, was ihr hier haben wollt. Drei bis fünf, na das müsste doch passen. Idealer Bestand drei bis neun. Haben wir mehr als neun hier drin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Na, hätten wir, ja okay, zehn. Kommt das echt auf diesen einen Kollegen drauf an, echt jetzt? Dann passen die halt tatsächlich nicht irgendwie hier rein. Wir warten mal ein Momentchen, weil im Moment sind sie ruhig. Ich würde eben ganz gerne hier jetzt mal noch ein paar neue Fleischfresser haben. Hier können wir glaube ich auch so ein Hemmenteil hinstellen. Hier müssen wir den Platz haben. Ich wollte den ja hier oben noch haben, den Dingens. Aber man sieht, das geht nicht. Da ist alles mögliche im Weg, das funktioniert nicht. Aber hier unten, oh, hier haben wir natürlich auch die Grenze. Das wird auch hier nicht funktionieren. Da kriege ich ja auch kein so ein Teil hin. Vielleicht eher im Gehege drin. Dass wir das irgendwie so machen, dass das statt Gehege wäre das dann das. Ne, das funktioniert auch nicht. Naja gut, dann lassen wir es. Hier hinten haben wir auch keinen Platz. Ja, wo müssen wir doch Platz haben? Ja, hier oben dann irgendwo wieder. Da bringt es aber nicht viel. Na gut, dann machen wir unsere Fleischfresser hier hinten. Ist hier jemand noch dran? Oh ja, da sind noch welche dran. Okay. Gut. Aber das sind ja dann auch zu viele. Oh, die sollten wir eigentlich eher verkaufen, denke ich. Hm, weil, ja. Jetzt sind sie friedlich, zumindest im Moment. Oh, jetzt haben wir einen toten Dino. Gut. Ne, die sind nicht friedlich. Guck mal. Die sind alles andere wie friedlich. Die machen ja schon wieder die Sachen kaputt. Kann ich hier reparieren? Nein. Aber dann können wir den schon mal betäuben. Das kann doch nicht gesund sein, dass die so oft betäubt sind. Und, zack, okay. Ranger noch mal kurz. Ja, wir kommen gleich. Hier kann man auch nicht reparieren. Da kriegt das Teil offensichtlich nicht kaputt. Oder nicht so auf die Schnelle, zumindest. Wir machen mal, wenn es geht. Hier beim Gehege noch mal kurz was. So, ich hoffe, die kommen so nicht raus. Wobei. Ne, die kommen so, kommt er nicht raus. Gut. Aber reparieren? Doch, reparieren kann man von innen. Ich versuche mal noch mal kurz, ob es jetzt geht. Ja, jetzt können wir das reparieren. Sehr schön. Gut. Ein toter Dino. Wo ist hier einer gestorben? Nicht mal bei denen? Ach. Oh, hier oben. Einer von denen. Das ist ja schade. Die sind eigentlich immer ganz friedlich, die Jungs. So, bitte. Abtransportieren. Braucht ihr Nachschub? Ähm, eins bis acht. Nein, eigentlich nicht. Ja, die sind cool. Die sind völlig friedlich. So, also. Hier ein Steko. Ähm, lassen wir frei. Den anderen lassen wir auch frei. So, dann werden wir die betäuben. Und aber verkaufen. Weil ich glaube, ähm, zumindest... Wisst ihr was? Wir verkaufen. Ähm, Moment. Bleiben wir kurz zurück. So, den hier brauche ich. Betäuben. Wir verkaufen den Steko und den anderen den lassen wir. Haben wir den jetzt auch schon freigelassen? Ich glaube, ja. Müsst ihr die Tür aber nochmal aufgehen? Jawohl. Kein Problem. So, den auch betäuben. Gut. Den Toten transportieren wir ab. Das hat alles seine Richtigkeit. Und jetzt würde ich hier hinten gerne tatsächlich möglichst schnell neuen Fleischfresser haben. Und zwar... Ähm, wir gucken mal, was wir haben. Ja, so viel haben wir gar nicht. Weil wir nicht allzu viel freigeschaltet haben. Ich glaube, die hatten wir alle schon. Das sind alles so bösartige Tiere. Ähm, hatten wir auch schon hier. Der mit dem Dingens hier. Ähm, sonst machen wir doch nochmal... Hier haben wir nämlich noch neue. Sonst machen wir nochmal ein Pflanzenfresser-Teil. Das macht mehr Sinn. Ein Gehege haben wir hier unten. Da hätten wir nur... Ach, da sind die Paradingens drin. Haben wir nicht noch ein freies Gehege? Doch, hier hinten. Okay, da haben wir aber halt genau lebende Futterdingens drin. Ähm, wir reissen das mal ab. Okay, danke schön. Und dann machen wir hier... Pflanzen rein. Und gerne... Ja, den Baum lassen wir mal noch. Weil ich weiss nicht, was wir jetzt hier reinhängen, sozusagen. Wir gehen hier hin. Brutkasten, Dinosaurier ausbrüten. Wen haben wir denn noch nicht? Wir haben... Mutter-Buhra-Dingens haben wir, glaube ich, noch nicht. Nehmen wir mal. Und dann machen wir gleich mal zwei. Weil ich glaube nicht, dass das... Äh, Einzelgänger sind. Wir wissen es zwar nicht, aber... Ähm, wir werden es rausfinden. Ist das der Stego hier? Ja, den verkaufen wir. Okay. Und den anderen hier unten, den werden wir transportieren, sobald er schläft. Angewiesen sind sie. Dass sie den betäuben. Ich glaube, sie schiessen auch gerade auf ihn. Na? Ja, jetzt. Wieder. So, transportieren. Dankeschön. Nachher hinten. Zack, hier rein. Und gut ist. Schläft der auch? Ach, der schläft auch. Okay, dann stellen wir den wieder hin. So, Ziel auswählen. Ja, den hier. Moment. Okay. Habe ich den jetzt? Moment. Ich schaue nochmal. T. Transport. Doch, haben wir. Da kommen sie auch schon. Okay, passt. Gut, hier hinten. Ne, jetzt gucken wir jetzt nochmal wegen den Fossilien. Aber das gibt natürlich, je nachdem, auch wieder ein bisschen Kohle dann. So, machen wir zu. Ähm. Ach, hier ist leer. Okay, ach, schon wieder Futterstation. Ja, ja. Und täglich grüsst das Murmeltier. Wo haben wir was, was wir füllen müssen? Hier unten. Jetzt haben wir wieder diese schöne Musik. Gleich explodiert wieder irgendwo was. Entweder gibt es ein Erdbeben oder irgendwelche Dinos flüchten. Das kennen wir. Immer wenn diese schöne Musik kommt, das ist dann die klassische Ruhe vor dem Sturm. Sind hier eigentlich die Leute draussen? Jawohl. Okay. Das ist schon mal gut. Und hier hinten wird gebrütet. Sagen wir mal, da haben wir tatsächlich mal ein bisschen Ruhe. Das ist ja unglaublich. Da könnte man auch mal gucken, ob wir hier irgendwas noch machen können in Sachen Nahrungsbewertung. Haben wir denn das Restaurant? Aufträge, da sind wir immer noch mehr oder weniger, die laufen automatisch. Nahrung. Ähm. Essen. Fastfood-Restaurant. Wohin mit dem Fastfood-Restaurant? Warum nicht hier oben noch so ein Teil? Ich weiss, jetzt könnte man hier das Auge nehmen. Jetzt machen wir es halt mal. Moment, wo ist hier Essen? Da ist Essen. Zeigt an, wo die Gäste hungrig sind. Das wäre schon hier oben. Also hier könnte man so ein Fastfood-Restaurant sicher mit gutem Gewissen hinstellen. Ähm. Gäste. Fastfood. Zack. Passt. Bitte bauen. Und dann mal gucken, ob da die Bewertung nicht etwas rauf geht. Lassen Sie den Kentros aus. Den haben wir hier mal nicht freigespielt, stand in den Kommentaren. Den können wir in dem Sinne nicht machen. Der Parkwert ist sozusagen in Arbeit. Und dieses Crytosaurus-Genom. Das müssten wir halt mal suchen. Ist der Hubschrauber schon wieder da? Nein, die sind noch unterwegs. Ja, ein Momentchen. Okay. Gucken wir also nachher. So. Hemmend. Ich bin mich gar nicht gewohnt, dass man hier so in Ruhe gucken kann. Das ist auch in Ordnung. Hier schläft, glaube ich, noch einer. Produkttransport. Okay. Ist jetzt hier unten in unserem schwierigen Gehege. Mehr oder weniger Ruhe. Jetzt passt es halbwegs interessanterweise. Okay. Fossilien. Extrahieren. Extrahieren. Verkaufen. Extrahieren. Extrahieren. Dankeschön. Mal gucken. Da kommt wahrscheinlich dann gleich der nächste nochmal dazu. Dass wir da gleich wieder ein paar Dinge ins Machen können. Jetzt muss ich aber schauen. Krichton. Habe ich da schon mal geguckt? Ob wir da irgendwo was finden können? Krichto, Krichto. Ja, da habe ich, glaube ich, schon mal geguckt. Und den haben wir eben auch nicht. Krichto, Krichto, Strudokorikasi. Nein, haben wir nicht. Hier unten ist noch was. Nein, hier ist noch gesperrt. Krichto. Nö. Nö. Und nochmal nö. Hier oben ist noch was. Auch nicht. Vielleicht mal hier oben gucken, ob nicht noch irgendwo eine Insel ist, wo was ist. Aber hier ist nichts. Tschung. Okay. Nein. Haben wir nicht. Können wir eigentlich ablehnen, damit wir mal wieder neue Aufträge annehmen können. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, da ist nichts mehr reingekommen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz zu den Aufträgen. Nein, nicht schon wieder Zaundeffekt. Nein, ich träume noch davon, dass irgendwo ein Zaundeffekt ist. Wo ist er jetzt wieder defekt? Bei unseren üblichen Patienten. Oder ist der Indominus abgehauen? Moment. Wo ist er? Jetzt habe ich völlig die Übersicht verloren. Wo ist denn hier ein Zaundeffekt? Ach, hier oben. Okay. Das ist tatsächlich wieder unser schwere Nöterdingens. Nein. Nein. Du wirst betäubt. Und hier wird repariert. Und zack. Okay. Und dann wollen wir mal kurz gucken. Geborgenheit ist unten. Es sind offensichtlich zu viele. Okay, wisst ihr was? Dann werden wir den verkaufen. Sobald der schläft, wird der vertickt. Ich hoffe mal, der schafft es nicht hier abzuhauen, bevor er betäubt wird. Quierig zu sagen. Aber ich denke, diese Doppelmauern, die sind schon nicht irgendwie jetzt grundsätzlich verkehrt. Es ist aber der einzige, der von denen jetzt hier wieder Amok läuft. Ja, eben. Deswegen verkaufen. Der hat schlechte Gene. Das klingt ein bisschen hart, aber stimmt wahrscheinlich sogar in dem Fall. Na, das tut doch... Aber es gibt doch irgendwie Kopfschmerzen. Das kann man doch nicht ernsthaft irgendwie, keine Ahnung, die ganze Zeit machen. Wo ist der Hubschrauber? Da kommt er. Okay, bitte den betäuben. Der steht popstill. Also der müsste relativ einfach zu betäuben sein. Und bitte, bevor der jetzt hier durch die Mauer durchbricht. Da wäre ich relativ froh. Jawohl, sehr schön. Er schläft. So. Transportteam. Zack. Und er. Und dann wird der verkauft. Und hier wird repariert, sobald die durchkommen. Expedition abgeschlossen. Extrahieren. Extrahieren. Und Dankeschön. Wie sieht es aus mit den Dinos, die wir hier neu haben. Das war wieder hier oben. Aha. Ist fällig. Mutter Burasaurus. Okay. Wir lassen den mal frei, würde ich sagen. Und den anderen auch gleich. Wir gucken natürlich gleich. So. Okay. Moment. Gleich mal runter. Jetzt habe ich es abgebrochen. Schade. Aber wir können natürlich auch so gucken. Ist ja auch eher was süsses. Ja, Hallöchen. Wir wollen doch gleich mal gucken, was du alles benötigst. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Doch, wieder. Das hier ist ein Mutter Burasaurus. Ein Ornithopode oder vogelähnlicher Dinosaurier. Okay. Ähm. Bestand sozial. Okay. Alles klar. Du kriegst gleich ein eigenes Gehege. Sechs bis zwölf. Ach, du Grüne. Da müssen wir von denen nochmal ein paar in Auftrag geben. Sonst haben wir die nächsten Randale Brüder hier. Ähm. Das war der hier. Ausbrüten. Dankeschön. Den habe ich schon freigelassen. Okay. Die müssen wir jetzt wieder betäuben. Das ist ein bisschen umständlich. Das gebe ich zu. Aber geht halt nicht anders. Wenn wir unten keinen Platz mehr haben, dann haben wir halt unten keinen Platz mehr. So. Der andere ist noch in der Arbeit. Sehr gut. Okay. Können wir warten. Momentchen. Ähm. Ich wollte eigentlich die Aufträge hier noch weg haben, die wir nicht lösen können. Ähm. Ähm. Das ist die Parkbewertung. Die ist okay. Okay. Lehnen wir ab. Und. Ähm. Ja. Alles klar. Ähm. Ne. Das behalten wir. Aber das hier möchte ich noch ablehnen. Okay. Und dann werden wir hier wieder einen neuen Auftrag annehmen. Von ihr mal. Mal gucken. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. Ja. Kann man machen. So könnten wir sie uns verdienen. Okay. Ein Dinosaurier, der läuft. Das müsste zu schaffen sein. Wir brauchen Bilder von unserem Werk hier. Ja. Diesem Auftrag werden sie für diese belohnt. Sehen Sie ihn sich an. Okay. Wir gehen mal gucken, ob wir hier mal einen Dino finden, der läuft. Ich hoffe, wir haben so viel Zeit, bevor der nächste wieder ausbricht. Und die anderen Transport... Entschuldigung. Die anderen transportieren müssen wir dann auch noch. Die neuen Dinos, die wir haben. Oh, da ist wieder was fehlgeschlagen. Okay. Ähm. Ne. Wir müssen erst den Dino. Den Laufenden haben. Wohnt hier eigentlich jemand? Hier müsste irgendwo ein Dino sein. Ähm. Hallo? Da. Da haben wir sie. Oh. Das sind die grossen Teile. Okay. Wer läuft? Der läuft. Reicht das schon? Uiuiui. Okay. Will doch mal einsammeln. Ja. Das scheint ja mir nicht so als Laufen zu zählen. Okay. Dann ist natürlich schlecht. Heh. Wir gehen mal wieder raus. Das sind glaube ich auch nicht die... Wie soll ich sagen? Die, die... Die Junge hängt hier der Jeep fest. Die, die wirklich massiv rumrennen. Da haben wir eigentlich andere. Deswegen müssen wir nochmal raus. Und ich kann jetzt die halt wieder nicht mehr fotografieren. Sonst haben wir wieder diese Strafe. Dass man eben die Dinos nicht zweimal fotografieren soll. Wir können hier aber auch noch ein bisschen runterdüsen. Entschuldigung. Weg, weg, weg. Da-dü. 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 Man müsste hier mindestens... Oh. Schanze. Mindestens ein Blaulicht haben. Hua. Cool. Ja mein Gott. Die Arbeit soll ja auch ein bisschen Spass machen. Das soll ja nicht hier ein bisschen stupendes, stupides Ding sein. So. Da hätten wir noch ein Gehege. Aber ich düse mal hier unten hin. Denke mal die rennen. Ich hoffe mal, dass wenn man in diesem Modus ist, dass man selber fährt. Dass man trotzdem eine Meldung bekommt. Oh, Entschuldigung. Eine Meldung bekommt. Wenn hier irgendwo alles brennt. Also von wegen, wenn wieder jemand abhaut. Wo geht's hier rein? Hier. Was sagt er? Hier müssen wir doch tatsächlich ein Foto kriegen. Das ist mal eine angenehme Abwechslung, muss ich sagen. Einmal auf der Kurve rum. Okay. Okay. Ja. So, jetzt geht's. Also hier haben wir doch so viele Dinos. Hier müsste eigentlich auch irgendwo einer rumrennen. Cool. Man kann sogar fett durchs Wasser durch. So. Renn mal. Zeig mal, was ihr könnt. Vollgalopp. Hm. Okay. Oh, jetzt rennen sie. Na? Starker Schnappschuss. Ja. Das hat gereicht. Sehr gut. Dann können wir hier raus. 100.000. Sehr schön. 10 Millionen haben wir. Wow. Jetzt können wir tatsächlich was machen. Gerne doch. Gerne doch. Ähm. Wir holen uns gleich nochmal was. Äh. Aufträge. Wir müssen mal wieder was von ihm hier haben. Äh. Auftrag anfordern. Zack. Und? Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Ja. Schauen Sie sich den Auftrag an. Das machen wir doch glatt. Okay. Sollte zu finden sein. Können wir die eigentlich schon wieder losschicken? Ich glaube ja. Ähm. Huch. Ein kleines Nebengeschäft, das wir nutzen sollten. Ja. Machen wir auch. So. Wir haben hier wieder Platz. Beziehungsweise. Wir können die wieder losschicken. Das machen wir natürlich gerne. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wegen Fleischfresser-Dingens. Aber. Ich hoffe mal, da ist was dabei. Sonst schicken wir die halt nochmal los. Das machen wir sowieso. So. Okay. Und jetzt schläft ihr hinten, wie gesagt, noch jemand. Das heisst. Halt. Ähm. Die werden wir in ihr neues Gehege bringen. So. Und das neue Gehege war hier unten. Das müsste eigentlich hier sein. Ich hoffe mal. Ich drehe mich mal, damit ich sicher bin. Jawohl. Das war hier. Und das Produkt hier bitte ebenfalls einsammeln. Dann haben wir schon mal zwei von denen. Das ist schon mal ein Anfang. Wasser haben sie. Futter haben sie. Das ist in Ordnung. Und jetzt versuchen wir das nochmal mit denen. ob wir hier. Zack. Das Teil aussondern. Ob wir hier nochmal ein bisschen Nachschub hinkriegen. Der ist natürlich auch noch bei 50%. Das darf man auch nicht vergessen. Wir brüten mal den nochmal aus. Wir testen sie einfach. Mutter. 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 Wo bist du? Wo bist du? Da unten. Kosten zum Glück auch nicht so viel. Okay. Und jetzt wollte ich hier eigentlich mal noch schnell gucken. Haben wir hier die Upgrades gemacht? Oh nö. Haben wir nicht gemacht. Das ist es. Okay. Dann machen wir gleich mal noch. Und hier machen wir noch. Ja. Noch die Kapazität ein bisschen erhöhen. Okay. Das sollte man halt nicht vergessen. Aber tja. Okay. Auftrag abgeschlossen. Okay. Ja. Das freut uns doch. Und jetzt kehrt hier tatsächlich mal ein bisschen Ruhe ein. Zugriff auf Deluxe Fossilien. Was ist das denn? Unterhaltung. Okay. Sehr schön. Haben wir eigentlich bei der Forschung mal wieder reingeguckt? Ich glaube nicht, weil wir da eben nie mehr gross was hatten. Ähm. 6. 0. 0. 0. Da ist noch was dazu gekommen. Deluxe wahrscheinlich. Genau. Zugriff auf Deluxe Fossilien. Gerne erforschen. Besten Dank. Dann hat sich das ja doch wieder mal gelohnt. Verkaufen. Gute Arbeit. Sie haben den Auftrag erfüllt. Okay. Hoffentlich wird uns das, was Sie mitgebracht haben, keine Probleme bereiten. Nein. Soundeffekt. Was? Ja. Verkaufen. Extrahieren. Dankeschön. Wo ist hier der Soundeffekt? Ach. Es ist ja schon. Nicht, dass das jetzt wieder losgeht. Ich habe mich jetzt gerade dran gewöhnt, dass wir eigentlich Ruhe haben. Ach. Es sind tatsächlich wieder die. Ah. Reparieren. Wo haben wir den Schutzraum? Hier oben. Öffnen. Dankeschön. Ui. 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 Ähm. Nimm. Dann den hier. Okay. Und den hier bitte betäuben. Dankeschön. Dann hätten wir das schon. Ja. Es ist ein Kreuz mit denen. Anders kann man es nicht sagen. Was habt ihr denn jetzt wieder für ein Problemchen? Ihr seid beides Penta-Kollegen. Die Penta-Kollegen, die haben... Schaut mal. Hier ist eigentlich alles im grünen Bereich. Selbst das Soziale. Der Bestand. Ja. Der Bestand ist zu hoch. Okay. Dann werden wir die verkaufen. Alle beide oder nur einen? Ich würde sagen, wir verkaufen mal einen von beiden. Schon wieder fehlgeschlagen. Arg. Nochmal versuchen. Ähm. Oder wir setzen den mal noch einen anderen mit rein. Moment. Und zwar... Den Sauru Pelita. Der hat zwar auch nur 56. Wir testen das mal. Ist schliesslich ein Spiel. Ich möchte auch ein bisschen was ausprobieren. Ganz klar. Auch wenn es ein hektisches Spiel ist. Und irgendwie seine anstrengenden Momente hat. Spass macht es eben trotzdem. Und ich möchte natürlich jetzt doch auch noch ein paar Dinos dazu kriegen. Schlaffen die schon? Die anderen beiden, die hier getürmt sind? Ne. Die rennen hier noch rum. Ihr müsstet die mal betäuben. In Ruhe. Und hier hinten bitte schnell reparieren. Damit wir die wieder da reinballern können. Beziehungsweise eben einen von beiden werden wir verkaufen. Na? Klappt ja perfekt. Los. Hier. Da. Schiess. Puff. Zack. Ich glaube der hat den erwischt. Jawohl. Der legt sich schlafen. Sehr schön. Also der wird verkauft. Der andere kommt wieder ins Gehege zurück. Sobald wir den auch erwischt haben. Geschossen hat er glaube ich. Na? Legst du dich gleich hin? Ja. Da hinten steckt der Pfeil. Ja. Der legt sich relativ schnell auch hin wahrscheinlich. Aber er galoppiert erstmal noch hier runter. Und hier rauf. Sag mal. Wie viele Pfeile brauchst du? Schon wieder Zaundeffekt? Oder ist das... Das ist doch echt schon wieder neu. Da. Jetzt haut er ja schon wieder ab. Aber da oben sind wir eigentlich am toten Dino. Okay. Ähm. Ähm. So. Betäuben. Dankeschön. Reparieren. Es war so schön ruhig vorher. Und jetzt geht der Stress wieder los. Aufgabe hinzufügen. Reparieren. Dankeschön. Passt. Wo haben wir einen Toten? Äh. Hier oben schon mal nicht. Wer ist denn hier verstorben? Oh. Nö. Oh. Okay. Unser Indominus Rex. An Altersschwäche. Okay. Da brauchen wir einen neuen. Das kostet allerdings... ...ordentlich Kohle. Einiges bisschen. So. Den können wir rauslassen. Der andere. Der ist noch in der Arbeit. Okay. Müssen wir den natürlich wieder betäuben. Ja. Da haben wir im Moment keinen freien Platz. Und wie sieht es jetzt mit denen hier unten aus? Die, welche hier neu eingezogen sind. Seid ihr schon da? Ja. Hier. Sehr nett. Ja. Sozial Bestand ist klar. Ihr kriegt Nachschub. Ich hoffe, ihr habt ein Momentchen Geduld. Wir können nicht zaubern. Zumal ich hier eben kein Hemmental mehr hinkriege. Da kann ich machen, was ich will. Ähm. Das passt hier nicht mehr hin. Leider. 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 Hier ist überall die Grenze zu nah. Hm. Schade. Was hat der? Ach, da ist noch ein Toter. Jetzt haben wir wieder Tod des Stegos. Hm. Warum? Altersschwäche. Das ist schon nur einer. Doch, doch. Das müsste definitiv nur einer sein. Ich kann leider nichts machen. Doch. Entfernen geht. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Die haben hier ordentlich zu tun. So. Hier müsste da immer noch einer geflohen sein. Genau. Kann ich den auch schon. Jawohl. Na. Zack. Nach da hinten. Das hat glaube ich nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. So. Liegt hier noch einer rum. Weil wir hatten doch mal irgendwie eine Folge. Oder eine Folge ist gut. Ja. Mit drei, vier Folgen. Da lag ihr Mundino im Wald. Irgendwo außerhalb vom Käfig. Und die Leute liefen die ganze Zeit amok. Und hatten Angst. Und ich habe den halt nicht gesehen. So. Wir machen hier wieder zu. Genau. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ganz klar. Äh. Kann ich den hier schon runternehmen? Beziehungsweise schläft der schon? Beziehungsweise. Moment. Den müssen wir ja tatsächlich erst auch noch betäugen. Okay. Brutkasten. Dinosaurer ausbrüten. Wir bräuchten. Hm. Was nehmen wir denn für einen? Moment. Was haben wir jetzt hier? Den machen wir mal raus. Hier haben wir den Mutter. Das heisst wir haben von denen drei. Dann haben wir einen Sauro. Das heisst wir machen ja nochmal so einen Sauro. 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 Ausbrüten. Und hier unten machen wir nochmal einen Mutter. Weil wir wirklich viele von denen brauchen. Mutter. Na. Zack. Ausbrüten. Dankeschön. Schläfst du schon? Bald. Ja. Da haben sie gerade daneben geschossen. So richtig. Jetzt. So richtig mit dem Ziel haben sie es noch nicht. Sauro mitkommen. Und hier unten rein. Ähm. Nämlich hier. Hoffe ich. Ja. Hier ist richtig. Okay. Hammond. Wir können den hier freilassen. Den können wir noch nicht. Da gucken wir natürlich schnell noch rein. Wie das aussieht. Aha. Irgendwie ein Igel mit Teufelsstacheln. Teufelsstacheln. Ha. Ah cool. Mir gefällt dieses Gepanzerte jeweils. Der Kopf. Ja. Ein bisschen Schildkröten mäßig fast schon. Ne. Der ist ein bisschen flacher glaube ich. Dieser Dinosaurier. Der Sauropelter ist eine wertvolle Spezies. Aha. Okay. Der rührt aber nicht. Mach mal ihr mir noch hallo oder so. Ha. Moin moin. Tag. Ja. Ich glaube er holt Anlauf. Jetzt. Gib ihm. Ne. Doch nicht. Gib ihm. Okay. Ähm. Schnell gucken. Was braucht der? Der braucht 0 bis 2. 0 bis 4. Das ist natürlich doof. Weil hier unten haben wir schon so viele. Dann. Das wird ihm nicht gefallen. Wo haben wir nicht viele Saurier darin? Wir könnten hier noch schnell was machen. Dass wir den einfach einmal rüber. Äh. Sozusagen werfen. Über den Zaun werfen. Verstanden. Okay. Gut. Der kommt hier rein. Weil das sind. Wobei. Moment. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ne. Das ist eben der neue. Ja. Dann schmeissen wir den hier rein. Ich hoffe die vertragen sich. Werden wir dann rausfinden. Hier ist alles in der Arbeit. Das ist okay. Und hier unten ist doch tatsächlich für den Moment mal Ruhe. Das ist eigentlich auch okay. Wie sieht es jetzt mit der Inselbewertung aus? Einfach die Transportbewertung. Die ist völlig im Keller. Der Rest ist hier eigentlich soweit in Ordnung. Denke ich. Zwei Hotels. Hervorragend. Gästeverletzung. Katastrophal. Das ist klar. Wenn die die ganze Zeit ausbrechen. Wir brauchen mal noch die drei Sterne. Wegen diesen Tyro-Teilen. Hm. Ähm. Geringe Vielfalt. Was versteht ihr darunter? Kampfverrufenheit. Ja. Die hauen die ganze Zeit ab. Die haben keine Zeit zum Kämpfen. Vielfaltstrafe. Das war das mit dem Fotografieren. Fürsorge. Okay. Alles klar. Ja. Gut. Gehen wir mal raus. Beziehungsweise. Wir können eigentlich hier nochmal Dingens annehmen. Ähm. Aufträge. Neuen Auftrag. Anfordern. Zack. Es gibt einen neuen Job. Und ich weiss genau, wer ihn übernehmen sollte. Aufs Expeditionszentrum. Äh. Ein Grabungsertrag Dingens. Wir gehen mal raus. Und gehen mal zum Expeditionszentrum. Und gucken mal. Das habe ich ja so noch gar nie gehört. Expedition. Grabungs. Grabungs. Okay. Grabungsertrag. Gerne. Dann wird uns das sogar bezahlt. Das ist ja nett. So. Ich vergesse immer die Gebäude. Ich denke wir nicht ineinander zu verstehen. Ja. Ich vergesse immer die Gebäude. Äh. Abzugreifen. Das steht auch immer wieder in den Kommentaren. Das tut mir leid. Aber ihr seht ja selber. Was hier teilweise für eine Hektik ist. Da kommt man. Äh. Im Prinzip nicht mal mehr zu den grundlegenden Sachen. Hä. Gut. Die Folge ist doch tatsächlich ein bisschen länger geworden. Aber wir hatten auch wieder viel zu tun. Aber. Ja. Vielleicht haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen Ruhe. Wir haben hier neue Dinos. Hä. Und wir haben den Zaun. Defekt. Äh. Lass mich raten wo. Ja. War ja klar. Okay. Das machen wir noch schnell. Hier wird bitte repariert. Geht nicht. Weil da hängt ein Dino dazwischen. Come on. Hau ab. So. Moment. T. Den betäuben. Dankeschön. Ja. Ja. Welch grummelige Viecher. Ähm. Machen wir uns nicht mit den Details auf. Im grossen und ganzen ist das ein solider Auftrag. Okay. Ich brauche die Ranger. Reparieren. Dankeschön. Hier bitte auch reparieren. Nochmal Dankeschön. Halt. Da kann Dino freigelassen werden. Ich wollte eigentlich gerade die Folge bänden. Ich muss aber nochmal schnell gucken. Oh. Der Soziale befällt dem wieder nicht. Okay. Sollen wir den auch verkaufen? Wir gucken mal. Jetzt lassen wir den betäuben. Ähm. Ja. Dino freilassen. Das machen wir in der nächsten Folge würde ich sagen. Ähm. Und dann müssen wir aber auch gucken. Dass der hier unten. Aha. He. Nicht abhaut wollte ich gerade sagen. Das hat nicht wirklich geklappt. Kein Wunder. Dass wir so eine schlechte Bewertung haben. So kommen wir auf keinen grünen Zweig. Aber mein Gott. Solange wir immer wieder neue Dinos dazukriegen. Ist das eigentlich halb so schlimm. Behaupte ich mal. Ja. Der ist sozusagen hier. Dann gleich mal fällig. Der Kollege. Gut liebe Freunde. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Wir hören mit einer. Ja. Eigentlich ungewöhnlichen Perspektive auf. Auf der anderen Seite. Ist ja nicht das erste Mal. Dass hier einer abgehauen ist. He. Danke fürs Zusehen. Ich denke. In der nächsten Folge. Legt sich der schlafen. Und dann können wir ihn zurückbringen. Was hat der denn für einen Gang drauf? Nicht der heimlich Drogen? He. Ja. In der nächsten Folge. Wir werden den verkaufen. Danke fürs Zusehen. Bis auch nicht zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018